Gute meine Freunde, willkommen zur neuen WWE Supercard-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und die neue Stufe ist da, Level 39 und ich bin ganz frisch reingegangen. Ich habe natürlich nicht so viel gebunkert wie der ein oder andere von euch. Ich bin ja mehr momentan casual unterwegs, aber ich dachte auch dann machen wir mal, bevor ich streame meine ganzen oder meine Freebies, meine Stufen-Freebies gemeinsam auf und hier kommt auch schon die erste Karte, eine Enigma-Karte. Ich bin gespannt, was ich da bekommen werde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so bekommen habt. Ich habe schon vom einen oder anderen gehört, dessen Deck jetzt schon gefühlt wieder mit vollen Pros ist. Oh, Oberfemi ist links feil. Ist schon mal cool, aber sehr cooles Bild. Ich mag, dass die Animation da im Hintergrund irgendwie mit der eigentlichen Pull-Animation so zusammenläuft. Ist witzig. Nehmen wir halt einfach mal mit. Gibt wieder XP und dann gucken wir mal, was ich noch so habe, weil viel dürfte es wirklich nicht sein. Den Survivor haben wir ja zusammengeholt und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier was. Ah, Kartenkatalog. Mal gucken, ob die Sammlung gegönnt hat. Na, superkart. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Sammlung, wie immer nicht. Oh, da fehlen mir aber noch viele. Na. Da ist er. Ganz zum Schluss. Und gibt nochmal Oberfemi. Oh, Bianca. Ist Bianca nicht bei Two Ways to Win drin? Meil nach oben, Bianca. Ist schon mal nice. Mag ich das Bild mit dem Gedöns im Gesicht? Nö. Aber ansonsten eigentlich ein relativ cooles Bild. Nice. Ne Diva als Freebie. Das sagen wir jetzt nicht. Nein, wir picken mal die letzten 13. Aber so lucky sind wir dann natürlich nicht. Aber trotzdem nehmen wir sie mit. Gucken, was wir auch noch craften können. Aber das würden wir uns dann morgen im Stream überlegen. Also vielmehr, wenn ihr das Video seht, ist es ja schon heute im Stream. Weil Freitagabend, so roundabout 20 Uhr, werfe ich ja den Stream an. Freue mich, wenn ihr da rüberkommt und mit dabei seid und ein bisschen hier Event grindet. Ein Dustpick. Aber da kommt, glaube ich, auch noch ein paar. Aber jetzt nicht mehr. Welt bewegend, weil ich teilweise noch nicht mal drei Momentums geholt habe. Aber wir gucken. Irgendwas gammelt immer im Briefkasten rum. Den da und wackeln. Kein Wackeln. Oh, Schotzi. Yeah. Und jetzt einmal nur in den Shop gucken, ob die mich in Versuchung führen wollen, Geld auszugeben. mit einem... Ja, tatsächlich. Mit einem Two Ways to Win. Boah, das Spiel aber bei mir langsam. Ich mach nichts anderes. Ich hoffe nicht, dass das hier ein Problem ist. Wart ab, Oberfame hier auch drin. Nee. Okay. Okay, aber nette Auswahl. So, und das heißt, was haben wir gekriegt an Draftpicks aus unseren gebunkerten Sachen? Neun nochmal. Das heißt, hier kommt, naja, hier liegen genau neun, zehn, elf. Mal gucken, ob es irgendwie frühzeitig gönnt, dass wir wenigstens die Chance auf einen zweiten haben. Aber bei meinem Glück bleibt es liegen. Alles, wenigstens kommen ein paar... Okay, die wollen wir nicht. Wenigstens eine Stufe unter uns. Nein, jetzt gönnt er nur noch Rumblekarten. Die Karten wackeln immer noch nicht. Okay, Carrie Zane auf Wrestlemania, das ist okay. Aha. Eine Enigma-Karte und es ist Finn Balor. Auch den nehme ich gerne mit. Auch ein sehr cooles Bild und auch das ist... Was ich halt hier so geil finde, ist, dass die Kartenanimation sich perfekt in die Karten-Pull-Animation reinzieht. Wir nehmen als erstes die erste. Da ist nix drin. Yeah, LA Knight. Die letzte bietet uns auch nichts ein. Yeah, LA Knight. Und ein Pump It Up. das heißt, wir können verdusten und jetzt holen wir noch unseren, äh, hier, wo ist er? Unseren Survivor-Belohnung ab. Die haben wir uns ja so schön erspielt und darum gehen wir da rein. Nochmal ein Dust-Pick, nochmal zwei Tokens und unsere Enigma-Karte ist, JD McDonough ist wahrscheinlich einer der schlechtesten. Ich habe mir das Ranking auch noch nicht angeguckt. Das gucken wir uns morgen auch mal gemütlich im Stream zusammen an. Und ja, das waren, glaube ich, meine drei Karten, die ich mir holen konnte. Ah, nee, wir haben noch die Ticket-Packs. Die Ticket-Packs, da gehen wir heute auch noch rein und gucken mal, was wir da so reißen können. Ob da vielleicht noch was rumkommt hier. Ich mag so keine Vierer-Reihe, aber auch da wackelt nix. Okay, Gaza ist auch jetzt nicht so geil. Aber den habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Ja, ist neu. Dann sagen wir nichts dagegen. Also, so Enigma-mäßig allgemein alle Enigma. Die neue Dings, also wie gesagt, das hätte ich ja gern schon seit zehn Jahren oder so, aber okay, vier haben wir bisher gekriegt. Und damit bin ich schon zufrieden. Ich bin ja Casual-Spieler jetzt nur noch. Und jetzt gehen wir rein in die Tickets und morgen überlegen wir uns, ob wir in irgendwelche Pay-to-Win-Geschichten reingehen. Aber heute holen wir uns zweimal 100 Tickets und gucken mal, was wir hier Schönes kriegen. Also, let's go. Gönnen die aktualisierten Ticket-Packs oder sind sie so grottig wie immer? Also allein das, was ich jetzt schon hier sehe, Tundra und Royal Rumble, das ist schon sehr grottig. Bist du was Gescheites? Nein, noch nicht mal du bist was Gescheites. Oh, was ein schreckliches Pack. Wow, das ist aber ja also meine Güte. Okay, die Liv nehmen wir mit, aber wow, da war ja, das war ja noch nicht mal mit so einem Scam, wo man denkt, man kriegt was Gutes, da war auf jedem Klick erkennbar, dass da nichts Gutes ist. Liv loggen wir mal, alles andere. Können wir noch nachdasten, mal gucken, ob das, ob die zweiten 100 da besser sind. eine Enigma, bitte keine Ausrüstung. ich kann Karten gebrauchen. Fuck. Dummes hochtrainieren. Na, gönnen. Gönnen, zeig uns noch mal so ein Enigma-Ding. Dann kommt wenigstens noch mal Wrestlemania. Hochtrainieren, die Stufe nimmt mich wieder gleich hart ran. Ja, würde ich mal sagen, meine vier Karten, mit denen ich in die neue Season gehe. Ich als Casual-Spieler, ich habe noch ein paar Karten zu pro und 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 und. Darum, wir werden mit Sicherheit noch auf die nächste Ebene dann morgen kommen, aber ich wollte heute mal das zumindest mit euch aufmachen. Im Stream heute Abend überlegen wir, gehen wir noch mal vielleicht in irgendwelche Random Packs rein, dass wir hier das hier einfach mal versuchen oder was ist denn das hier für ein Pack? Das ist so ein enthält zwei der folgenden. Früher hat es doch mal drei enthalten für die 6K, aber das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil ich bin busy knapp bei Kasse. Wir können überlegen, ob wir für Bianca eine Rotation hier machen, aber auch das ist glaube ich keine so smarte Idee, aber da reden wir morgen im Stream-Triebe oder für euch später im Stream. Ich freue mich hier über den Kommentar, was ihr so gezogen habt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Leute, macht's gut, haut rein, bis dann!